Du kennst es. Ständig bist du in Eile, ständig bist du unter Druck und irgendwie hast du auch noch das Gefühl, dass du gar nicht richtig vorankommst. Und das macht dich wütend und stresst dich, denn eigentlich brauchst du mal wieder so richtig eine Pause und möchtest deine Freiheit genießen. Möchtest nicht ständig jeden Tag an deine Limits gehen und auf Gott und die Welt sauer sein. Und wenn du nur daran denkst, dass die Dinge, die dir Spaß machen, die dir Energie geben, die dir wirklich ein tolles Gefühl geben, für die hast du abends gar keine Kraft mehr, selbst wenn noch Zeit wäre. Du bist einfach nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu tun und mittlerweile steigt eine Wut in dir auf. Weißt du, es gibt eine Methode, die sehr schnell und sehr effektiv deine Wut, deinen Stress und deine Hektik innerhalb von Minuten auflöst und dich davon befreit. Und diese Technik ist die EFT-Klopftechnik. Und wir machen jetzt gemeinsam eine Klopfrunde, damit du sofort deine Wut, deinen Stress, deine Hektik auflösen kannst. Damit du alle Aufgaben, die jetzt noch vor dir liegen, in Ruhe und entspannt machen kannst und vielleicht sogar heute Abend glücklich und zufrieden ins Bett fällst. Konzentrier dich auf die folgenden Sätze und gib deiner Wut wieder etwas mehr Raum, sodass du sie spüren kannst. Vielleicht weißt du sogar, auf wen du wütend bist oder warum du wütend bist. Lass das ruhig mal in dir hochkommen. Und wir beginnen die Klopfrunde jetzt am Augenbrauenpunkt und sprich mir einfach nach, diese Wut in mir. Neben dem Auge diese intensive Wut. Die Wut, die ich spüre. Unter der Nase. Diese tiefsitzende Wut. Ich bin ganz erfüllt von dieser Wut. Das ist jetzt der Kinnpunkt. Schlüsselbeinpunkt. Und diese Wut hat mich so richtig in den Griff. Und jetzt der Kopfpunkt. All diese Wut in mir. Die meisten meiner Workshop Teilnehmer sind meistens nach dieser ersten Klopfrunde total entspannt. Denn sie konnten zum ersten Mal überhaupt ihre Wut aussprechen. Sie konnten das erste Mal wirklich sagen. Ja, ich bin tatsächlich wütend. Auf dieses und jenes und vielleicht sogar auf Gott und die Welt. Und das ist der erste Schritt in die Selbstheilung. In die Befreiung aus solch körperlich belastenden Gefühlen. Ein komplettes Starter Kit habe ich dir kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt. Und den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Denn jetzt machen wir die zweite Klopfrunde. Und in der zweiten Klopfrunde geht es nicht nur darum, die Wut anzuerkennen, sondern auch gewillt zu sein, sie loszulassen. Die Sätze sind jetzt etwas anders und wir beginnen wieder am Augenbrauenpunkt. Diese Wut in mir. Und ich lasse jetzt los. Neben dem Auge. Auch wenn ich immer noch so wütend bin, kann ich sie jetzt besser loslassen. Auch wenn ich diese Wut spüre, bin ich okay, so wie ich bin. Ich kann diese Wut loslassen. Und wir beginnen jetzt wieder am Augenbrauenpunkt. Auch wenn ich diese Wut habe, bin ich okay, so wie ich bin. Neben dem Auge. Diese Wut lasse ich jetzt in Liebe los. Auch wenn ich immer noch wütend bin, kann ich sie jetzt loslassen. Diese Wut kann jetzt in Frieden gehen. Die Kraft der Wut verwandle ich jetzt in inneren Frieden. Das ist jetzt der Kinnpunkt, Schlüsselbeinpunkt. Auch wenn ich immer noch wütend bin, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und der Kopfpunkt. Meine Wut ist ganz natürlich. Sie darf sein. Und alles, was überhand nimmt, darf jetzt in Liebe gehen. Welcher der Sätze hat bei dir am meisten ausgelöst? Dann klopf diesen Satz und diese Runde gerne zwei, dreimal, bis du dich wirklich befreit von der Wut, die du jetzt erfunden hast, fühlst. Das Video 15 Jahre Angst zeigt dir, wie du dich in Zukunft noch mehr von negativen Gefühlen, wie Angst oder Wut, einfach befreien kannst. Das Video 15 Jahre alt ist.